Hi, ich bin Theresa vom Horses and Dreams Team und auch heute am Freitag ist wieder einiges passiert. Schauen wir uns doch mal die Eindrücke vom Tag an. Ja, hallo Esmo, Tommi Reichenberger. Christian Klaassen, hallo. Im Traditionstheben der VWL aus Nahrbrück. Dankbar, dass wir dabei sein dürfen. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß und finden es unglaublich, was hier geboten wird. Ja, hallo. Ja, hallo.